Ende Oktober, wenige Tage vor dem zweiten Lockdown. Im brandenburgischen Cottbus erklingt ein altes Lied mit langer Tradition. Der Verein Zukunft Heimat hat zur Kundgebung geladen und das Lied okkupiert. Der Gründer des Vereins, AfD-Mann Christoph Berndt, hat die Demo angemeldet. Vorne hier gibt es noch Fahnen, also da kann jeder kommen und sich noch eine Fahne holen, der wird ein schönes Bild, schwarz-rot-gold haben. Das Bild nach außen wirkt wie ein politisches Statement. Kaum Masken, zu wenig Abstand, dafür unzählige Deutschlandfahnen. Mit dabei AfD-Prominenz Alexander Gauland. Björn Höcke ist gekommen, begrüßet uns Björn Höcke. Und der rechte Rand der Partei, Björn Höcke. Unterstützt vom ehemaligen AfD-Landeschef und Rechtsextremisten Andreas Kalbitz. Auch das wohl ein politisches Statement. Wir sind viele, wir sind die schweigende Mehrheit, davon bin ich überzeugt. Und denkt immer daran, das ist ein Finger, den kann man brechen. Aber fünf Finger sind eine Faust, die bricht keiner. Liebe Freunde, es lebe die Markt Brandenburg, es lebe Thüringen, meine Heimat, es lebe unser deutsches Vaterland. Es lebe das wahre Europa. Der Thüringer AfD-Chef fantasiert vom deutschen Vaterland und dem wahren Europa. Die Rechten träumen sich mal wieder groß, vor allem in Ostdeutschland. Da sind sie stärker, erreichen mehr Menschen und sind radikaler. Woran liegt das? Der völkische AfD-Flügel hat sich formell Anfang des Jahres aufgelöst. Doch hier in Cottbus stehen dessen Vertreter Seite an Seite. Auch Kalbitz, der wegen seiner verschwiegenen Neonazi-Vergangenheit jüngst aus der Partei flog. Bevor Christoph Berndt für die AfD in den Brandenburgischen Landtag einzog, begann er seine politische Laufbahn als Vorsitzender von Zukunft Heimat. Seit fünf Jahren veranstaltet sein Verein Demonstrationen gegen Geflüchtete. Ich denke, ein Heimatverein heute muss auch politisch werden, wo die Heimat zur Disposition gestellt wird. Und da ist die AfD sozusagen der natürliche Bündnispartner. Wir würden auch mit anderen Parteien demonstrieren oder Aktionen machen, aber die wollen ja mit uns nicht. Ich meine Zukunft Heimat, rechtsextremistischer Verein. Zukunft Heimat ist ja kein rechtsextremistischer Verein. Das ist ja sozusagen eine missbräuchliche Etikettierung durch einen missbrauchten Verfassungsschutz. Seit Anfang des Jahres wird Zukunft Heimat vom Verfassungsschutz als erwiesen rechtsextremistisch beobachtet. Auch Berndt und Höcke sind als Rechtsextremisten eingestuft. Vor kurzem übernahm Berndt auch den Fraktionsvorsitz im Landtag und folgt damit auf Kalbitz. Jetzt sind Sie der neue AfD-Fraktionsvorsitzende von Brandenburg, also folgt ein Rechtsextremist nach dem nächsten. Noch einmal, Frau Berndt. Ich glaube, ich habe es Ihnen ja auch jetzt in drei Minuten fünfmal gesagt, das müssten Sie doch immer langsam im Urzeitgedächtnis haben. Ich bin kein Rechtsextremist. Und das ist eine gehässige Etikettierung, eine bewusste, gehässige, falsche Etikettierung, uns und mich als Rechtsextremisten zu bezeichnen. Das ist die Einschätzung des Verfassungsschutzes. Das ist eine gewusste, falsche und gehässige Etikettierung. Mir ist nichts bekannt, wo irgendetwas in dem, was wir getan haben oder gesagt haben, diese Etikettierung begründen würde. Berndt sagt, ihm sei nichts bekannt. Der Verfassungsschutz hingegen spricht von personellen und strukturellen Überschneidungen des Vereins ins rechtsextreme Milieu. Verbindung etwa zu diesem längst verbotenen Neonazi-Netzwerk. Die sogenannten Spree-Lichter veranstalteten illegale Fackelmärsche in Bautzen und Cottbus und feierten sich mit martialischen Propaganda-Videos wie diesem. In meiner Heimat Ostdeutschland sind die Rechten stark. Das treibt mich um. Warum zeigen sie sich hier offener und sind akzeptierter, haben höhere Wahlergebnisse? Und warum ist es wahrscheinlicher, im Osten Opferrechter Gewalt zu werden? Woher kommt das? Wo denn die 90ern oder sogar schon in der DDR der Boden bereitet für das, was wir heute haben? Er sieht zwar aus wie ein Hippie, ist aber überzeugter Nationalsozialist mit ausgeprägten Germanenkult. Arnulf Winfried Prien. Vor zwei Jahren wurde er zuletzt verurteilt. Wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung und Volksverhetzung. In seiner Wohnung in Berlin dürfen wir nicht drehen. Überall Hakenkreuze und SS-Runen. Er würde sich beim Zeigen dieser NS-Symbolik strafbar machen. Was haben Sie so für Tattoos? Das ist ein Totenkopf und das ist ein nicht verbotener Adler, weil das Hakenkreuz fehlt. Und wer ist das? Reinhard Heidrich. Der war nach Heinrich Himmler der zweite Mann innerhalb der SS. Und den verehren Sie dann schon? Schon. Ganz offen trägt Prien den NS-Kriegsverbrecher auf dem Arm. Heidrich war einer der Hauptverantwortlichen für den Holocaust. Prien ist in der DDR aufgewachsen, aber sozialistisch wollte er nie sein. Was waren Sie damals zu DDR-Zeiten? National. Mit 15 fing das an. Na ja, mein Opa war im Krieg und in der Gefangenschaft in Russischer. Und mein Vater war im Krieg und in der Gefangenschaft in Englischer. Und mein Onkel Günther. Und die haben uns dann so vom Krieg berichtet. Und auch von der Zeit vor 1945, wo es noch funktioniert hat. Selbst nach Kriegsende blieb die Begeisterung für den Nationalsozialismus in Priems Familie groß. Eines seiner ersten Bücher war »Mein Kampf«, erzählt er. Die DDR empfand Priem schon früh als Zwangsjacke, aus der er schnell raus wollte. Bevor ich versucht habe zu türmen, da war ich dann schon Nationalsozialist mit 17. Wie kann man mit 17 von sich sagen, dass man Nationalsozialist war? Ganz einfach. Indem man also diese Sachen, die beim Führer gut gehandhabt würden, gerne wiedergehabt hätte. Und indem man gemerkt hat, dass also die Besatzerregierung nur zu eigenen Vorteilen dieses Land ausplündert. Und man durfte es nicht sagen. Ich erinnere mich im Freibad Oberspray und so weiter, wenn wir da waren, dass sie fast alle ein eisernes Kreuz trugen und so weiter. Obwohl die offiziell verboten waren. Das Selbstbild der DDR war ein komplett anderes. Heute, wie damals, lautet der Schwur. Nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg. Die Deutsche Demokratische Republik, sie verkörpert die Ideale des antifaschistischen Kampfes. Aber folgten alle in der DDR den Idealen des antifaschistischen Kampfes? Harry Weibel lagert in seinem Keller die für ihn wichtigsten Akten. Es sind Kopien aus der Stasi-Unterlagenbehörde. 2000 Akten wertete Weibel bislang aus. Die DDR war für den Historiker immer der bessere Staat, bis er sich intensiv mit den Akten aus dem Ministerium für Staatssicherheit beschäftigte. Die meisten dieser Dokumente waren zu DDR-Zeiten streng vertraulich. Was ich hier lese, habe ich so nicht erwartet. Hier in Karl-Marx-Stadt wurden Mitschüler wegen ihrer gesellschaftspolitisch aktiven Haltung unter anderem mit Ausdrücken wie Kommunisten, Schwein und Judensau betitelt. Was habe ich hier? 89, Leipzig, am 27.04. tätigten dabei mehrfach solche Äußerungen wie zum Beispiel Juden raus, Jude verrecke, Heil Hitler. So erhoben sich am 20. April 78 in einer Berliner POS während einer Astronomiestunde sechs Schüler der 10. Klasse spontan von ihren Plätzen, um eine Gedenkminute für Hitler einzunehmen. Von Januar 78 bis Mai 78 wurden in schulischen Einrichtungen der DDR etwa 600 solche Vorkommnisse bekannt. Er nannte sich ein Anhänger Hitlers und einen reinrassigen Deutschen. Ja, Hitler war beliebt. Auch wenn die große Mehrheit in der DDR sicher nicht rechts war. Es gab tausende solcher Vorkommnisse. Noch heftiger war es gegenüber den ausländischen Vertragsarbeitern. Im September 87 gemeingefährliches Zusammenschlagen mosampikanischer Staatsbürger, verbunden mit herabwürdigenden Äußerungen. Von Seiten einzelner DDR-Bürger fielen Bemerkungen wie, die schwarzen Schweine müsste man mit der Zunge an die Wand nageln. Ab 1975 bis 1989 haben 40 gewalttätige Angriffe auf Wohnheime in der DDR stattgefunden. Da wurden irgendwie alle Algerier, dann die Kubaner, die Mosambikaner, die Angolaner, die Vietnamesen, die Mongolen. Es gab über zehn Tote bei diesen Auseinandersetzungen zwischen Deutschen und Nicht-Deutschen in der DDR. Kurz vor Mauerfallen 1988. Das Politmagazin Kontraste dreht heimlich in der DDR diese Aufnahmen von Neonazis, die es offiziell gar nicht geben durfte. Wir sind sehr auf Gewalt draus. Wir wollen was den ganzen Linken tun und uns gottet ihr an in den Scheißstaat. Ich meine, viel können wir nicht machen, aber wir treten ein für ein vereinigtes Deutschland und dass die Scheißkanacken raus sind. Es darf die Neonazis nicht geben, den Neonazismus. Also können diese Jugendlichen auch gar keine Neonazis sein, obwohl sie von sich behaupten. Und das ist auch klar und deutlich, zeigen wir durch Uniform und Waffenbesitz, dass sie das sein wollen. Ich habe gesagt, ja nee, das sind keine Neonazis. Sondern? Die kommen aus assozialen Familien oder sie sind einem Rädelsführer auf den Leim gegangen. Oder die Propaganda der westlichen Medien hat sie dazu verführt, diese Straftaten zu begehen. Das heißt aber, dass die Staatssicherheit genau Bescheid wusste über all die Jahre? Die Staatssicherheit wusste im Grunde genommen alles über diese Bewegung. Weil eben diese Rechtsbrüche, die tauchten in der Kriminalstatistik der DDR auf unter Paragrafen wie Staatsverleumdung, Rauditum, Herabwürdigung und so weiter. Aber kein Wort über neonazistische Motivation, über rassistische Motivation, antisemitische Motivation. Warum nicht? Um den Anspruch, die DDR ist ein antifaschistischer Staat, in dem es das nicht gibt. Um diese Lüge aufrechtzuerhalten. Manche Radikalisierung fand sogar in den DDR-Gefängnissen statt. Stasi-Untersuchungshaftanstalt Berlin-Hohenschönhausen. Als 19-Jähriger kommt Ingo Hasselbach in Haft. Er wird als Neonazi den Knast wieder verlassen. Seine Erinnerungen an diesen Ort liegen lange zurück. Doch die Bilder sind sofort wieder da. Also das wurde ja von dem Gefangenen Tigerkäfig genannt. Und da oben lief halt so ein Posten rum, der konnte im Prinzip von da in jede Freigangszelle gucken. Also so weit wie jetzt hier stehen war nicht erlaubt. Man musste laufen. Seine Geschichte beginnt ganz harmlos. Hasselbach ruft 1986 auf einem Fest der deutsch-sowjetischen Freundschaft. Die Mauer muss weg. Er wird sofort verhaftet. Die Vernehmungen waren dann halt sehr intensiv hier. Wo man halt auf Herz und Niere geprüft wird sozusagen, ob man ein Staatsfeind ist. Darum geht es ja dann letztlich. Und zu welchem Ergebnis sind die dann gekommen? Ja, offensichtlich waren wir Staatsfeinde. Wegen des Satzes, die Mauer muss weg, bekommt Hasselbach sieben Monate Haft. Nach seiner Strafe will er nur noch weg aus dieser DDR. Aber sein Fluchtversuch scheitert. Er kommt wieder in Haft. Diesmal sind es zweieinhalb Jahre. Eine Odyssee durch ein Dutzend DDR-Gefängnisse beginnt. Am Ende landet er mit 22 Jahren als politischer Gefangener in Brandenburg an der Havel. Und dort wird Hasselbach auch zusammen mit alten NS-Kriegsverbrechern inhaftiert. Ich habe 1988 im Frühjahr in Brandenburg den Heinz Barth kennengelernt. Der galt als einer der Haupttäter der Mörder von Oradour. In einem kleinen französischen Dorf, dass sie dieses ganze Dorf im Prinzip komplett ausgelöscht haben. Die haben die Männer alle erschossen und haben die Frauen und Kinder in die Kirche getrieben und haben die angezündet. Der zweite war Henry Schmidt. Der war der Gestapo-Chef von Dresden, verantwortlich für die Deportation aller Dresdner Juden. Jetzt haben wir plötzlich mit zwei Leuten zu tun gehabt, die im Gefängnis waren, die sich zu Unrecht im Gefängnis empfanden. Die uns Irrsicht der Dinge aus den 30er Jahren erzählt haben, wie Hitler an die Macht kam, was er für das deutsche Volk getan hat. Und haben uns im Prinzip eine ganz andere Betrachtungsweise geliefert, die wir nie gehört hatten vorher. Und wie haben die Sie beeinflusst? Die haben verstanden und gesehen, wie kaum jemand anders, was für ein Hass wir auf diesen verordneten Antifaschismus haben. Auf dieses System DDR, was sich ja immer als antifaschistisch deklariert hat. Diese Wut haben die im Prinzip benutzt. Und da haben Sie sich dann schon in der Haft in Brandenburg dann als Rechts- oder Neonazi oder als Nationalsozialist gesehen? Natürlich, diese Jahre im Gefängnis, diese Wut auf die DDR hat einen wahnsinnigen Einfluss darauf gehabt. Also ohne den Knast wäre ich nicht Neonazi geworden, da bin ich mir ziemlich sicher. Bernd Wagner hat schon früh gemerkt, dass die DDR ein Problem mit Neonazis hat. Er war Kriminalpolizist in der DDR. Aber erst Ende der 80er wird er beauftragt, über Neonazis Erkenntnisse zu sammeln. Zu einem Zeitpunkt, als die Staatsführung kaum noch verheimlichen kann, dass es ein massives Problem gibt. Wagner wird Leiter der sogenannten Agi Skinhead. Er entdeckt etliche rechte Gruppierungen. SS-Division Walter Krüger-Wolgast, SS-Kampfstaffel Nord, Wotansbrüder, Wilhelmsruher Türkenklatscher, Lichtenberger Front, die Vandalen, die Ostkreuzler, Deutschland stirbt nicht, SS-Teutonen-Kampfstaffel. Die waren alle aktiv und viele mehr. Das ist ja nur ein kleiner Ausschnitt der Wirklichkeit. Alle waren nationalsozialistisch, alle haben sich am Dritten Reich orientiert. Man kann eigentlich davon ausgehen, dass in allen Städten der DDR mindestens eine Gruppierung existierte. Also kommen Sie auf eine Zahl, die also weit über 200 liegt, nur an Gruppierungen. Zu DDR-Zeiten darf Wagner seine Erkenntnisse nicht veröffentlichen. Die Studie der Agi Skinhead kommt unter Verschluss. Erst kurz nach Mauerfall, die DDR existiert noch, stellt Wagner seine Ermittlungsergebnisse auf einer Pressekonferenz vor. Bis September diesen Jahres wurden bevorzugt angegriffen Anhänger der Punk-Bewegung wegen ihrer undeutschen Lebensweise, Gruftis, homosexuelle Bürger, Ausländer mit dunkler Hautfarbe und auch Vietnamesen. Das Ergebnis war, dass wir es schon mit einem ziemlich rüden System von Rechtsradikalen zu tun haben in der DDR. Wir haben etwa so 15.000 Personen in etwa geschätzt, also waren begründete Schätzungen anhand von Kriminalitätsaufkommen. 5.000 Personen waren etwa harte Militante und etwa 1.000 Personen, die auch registriert waren in polizeilichen Dokumentationen. Das waren dann hartnäckige Rückfalltäter mit ideologischer Ausrichtung. Auf der anderen Seite der Mauer, im Westen, zeigen sich die Neonazis viel offener. Anführer Michael Kühnen sammelt in den 80er Jahren Kameraden. Er wird den rechten Aufbau Ost schon kurz darauf massiv vorantreiben, bis er im Frühjahr 1991 an Aids verstirbt. Das fordere ich von jedem Einzelnen, der sich mir anschließt, sich zu bekennen als das, was wir sind. Als nationale Sozialisten in der Tradition der NSDAP und in der Tradition der SA. Kühnens rechte Hand damals, Christian Worch. Die Presse bezeichnet ihn als Führer von Hamburg. Heute wohnt Worch in einer kleinen Wohnung im mecklenburgischen Pachim. Wo stand denn die Rechte vor dem Mauerfall in der Bundesrepublik? Als radikale Rechte waren wir vor dem Mauerfall in der BRD nicht einmal imstande, 1000 Mann auf die Straße zu bringen. War denn der Mauerfall für Sie ein Glücksfall? Das war ja eindeutig, ja. Wir hatten die Hoffnung, dass nach dem Sturz des einen deutschen Systems möglicherweise nahezu direkt anschließend der Sturz des zweiten deutschen Systems stattfinden könnte. Wir hatten plötzlich Zugriff auf personelle Ressourcen. Auf personelle Ressourcen von Menschen, die mit dem kommunistischen System überhaupt nichts mehr Mut hatten. Mit anderen Worten, Leute, die bereits etwas geändert hatten und die im Prinzip zu weiteren Veränderungen bereit waren. Christian Worch lernt kurz nach Mauerfall Ingo Hasselbach kennen. Hasselbach soll in Berlin die ostdeutschen rechten Kräfte bündeln und anführen. Die West-Neonazis sehen auf dem Gebiet der Ex-DDR einen fruchtbaren Boden. Sie träumen vom Umsturz. Siegfalt! 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 Wir haben hier ein großes Potenzial von vorwiegend jungen Menschen, die, sagen wir einmal, politisch unverbraucht sind. Diese Naivität, ich möchte es einmal diese schöne Naivität nennen, die wird also sehr befruchtend, die wird sehr beflügelnd auf das rechte Lager Gesamtdeutschlands, also auch der alten Bundesländer wirken. Universität Bielefeld. Seit einem Jahr hat die Historikerin Christina Moriner hier eine Professur. Aufgewachsen ist die 44-Jährige in der DDR. Ein Schwerpunkt ihrer Forschung ist der Aufstieg der Rechtspopulisten. Nur mit dem gesamtdeutschen Blick in die jüngere Geschichte, dem Zusammenbruch der DDR, kann sich Moriner das neue Erstarken der Rechten erklären. Das ist keine Geschichte von, da kommen die Westnazis, sie übernehmen das und sagen dann den ostdeutschen Handlangern, was sie zu tun haben, sondern es ist schon eher eine Synergie oder ein Zusammengehen auch. Für westdeutsche Nazis natürlich auch eine neue Erfahrung, weil in westdeutschen Kleinstädten diese Art von offen ausgestellten Symbolen gehörte nicht zum öffentlichen Bild in einer Stadt in Westdeutschland, sich so mit Bomberjacken aufzutreten und so offen rechtsradikal sich zu zeigen. Also kommen wir die Mauer auf, da haben die ihr Herz und die Küsten. Es gab auch dann Flux einen Aufbauplan Ost. Führende Kader aus dem Westen kamen in den Osten, die haben gedacht, die trauen ihren Augen nicht, wie viele Kameraden da rumlaufen. Auch optisch sichtbar und so völlig unbefangen. Keine Angst vor dem Forschungsschutz. Stasi war tot und die waren also hoch begeistert. Die haben sogar geträumt in der Zeit von der Nationalen Revolution. Weidlingstraße in Ost-Berlin. Von hier aus sollte sie ausgehen, die Nationale Revolution. 1990 entsteht in diesen besetzten Häusern die Hauptzentrale der neuen rechten Bewegung. Ingo Hasselbach wird ihr Anführer und Parteivorsitzender der Nationalen Alternative. Von den Medien wird er damals als Führer von Berlin bezeichnet. Die Weidlingstraße in Lichtenberg wird zum Anziehungspunkt für bis zu 400 Neonazis aus Ost und West. 30 Jahre später. Seit 1990 ist Hasselbach das erste Mal wieder hier. Hier konnte man sich nicht mehr bewegen in dieser Straße, ohne Stress zu kriegen. Die Linken haben hier draußen patrouilliert, die Polizei hat patrouilliert, der Staatsschutz hat patrouilliert, der Verfassungsschutz hat patrouilliert. Also alle waren hier draußen auf den Straßen unterwegs. Also es gab hier so eine totale Überwachung, als nachdem die dann auch geschnallt hatten, wer hier eingezogen ist in das Haus. Gewohnt hat hier zeitweilig auch Arnulf Priem. Er, Neonazis aus dem Westen und aus Österreich sollen Hasselbach beim Aufbau Ost helfen. Das war meine Wohnung. Das war Ihre Wohnung? Ja. Vor 30 Jahren. Vor 30 Jahren, genau. Hier gab es im Prinzip von der Treppe direkt einen Zugang auf den Dachboden. Hatten Sie Waffen im Haus? Wir hatten immer Waffen im Haus, ja. Es war unausgesprochen klar, dass jeder hier im Haus eine Waffe hat. Für den Fall, dass man überfallen wird, dass es jetzt hier eine Stürmung gibt, was auch immer. Die heftigste Auseinandersetzung um die Weidlingstraße war am 23. Juni 1990. Ein linkes Bündnis hat zur Demonstration gegen das rechte Zentrum aufgerufen. Die Weidlingstraße stand im Prinzip als Symbol für die Wiedervereinigung der Rechten, also für die Vereinigung der Rechten Ost-West. Wir hatten das Gefühl, wir können hier Geschichte machen und das haben wir versucht zu machen letztlich. Hasselbach sagt, er und seine Kameraden hätten an dem Tag im Juni die Weidlingstraße bis zum allerletzten verteidigt. Dass es keine Toten gab, ist ein kleines Wunder. Der Angriff der Linken war eine Reaktion auf etliche Gewalttaten der Neonazis. Die Gewalt, die die Skins, die hier mitgelebt haben, gegen Ausländer ausgeübt haben, das wurde ja dann auch hochgradig kriminell. Es gab Raubüberfälle. Es war nicht mehr zu kontrollieren. Natürlich waren wir verantwortlich. Wir haben die ja hierher geholt, wir haben die zu Hause gegeben. Wir haben zwar nicht zu ihnen gesagt, geht raus und schlagt jetzt Ausländer tot oder so, aber sie haben es halt trotzdem gemacht. Oder haben ausländerverprügelt, überfallen, Brandstiftung und weiß der Teufel, was die gemacht haben. Aber wir waren natürlich verantwortlich. Die Gewalt nahm Anfang der 90er immer weiter zu. Polnische Grenze. Hoyerswerda. Rostock-Lichtenhagen. Heute werden diese gewaltvollen Nachwendejahre Baseballschlägerjahre genannt. Allein im vorigen Jahr wurden über 1500 Gewalttaten von Rechtsextremisten verübt. Alles deutet darauf hin, dass diese Zahl in diesem Jahr bei Weitem überschritten wird. Am letzten Augustwochenende 1992 wurden mehr als 20 Asylbewerberheime angegriffen. Sie haben damals auch Sieg Heil-Rufe als euphorische Stimmungsmacher bewertet. Stehen Sie noch dazu? Ja. Der deutsche Gruß Sieg Heil ist mir viel, viel lieber, als wenn einer mich mit Shalom begrüßt. Da will er mich verarschen. Prim sagt, er habe zum Protest in Rostock-Lichtenhagen mit aufgerufen. Als es aber zu den Ausschreitungen kam, sei er schon wieder in Berlin gewesen, sagt er. Verantwortung für die Gewalt sehe er bei sich nicht. Prim war einer der führenden Köpfe der Rechtsextremen. Er war der Berliner Parteiführer der deutschen Alternative. Die Partei wird 1992 verboten. Zuvor hatte sich Prim in der Bundesrepublik prächtig als Rechtsradikaler weiterentwickeln können, erzählt er mir. Er kommt 1968 als politischer Gefangener aus der DDR. Gründet kurz darauf die Kampfgruppe Prim, eine neonazistische Wehrsportgruppe, und provoziert den Start mit dem Hissen der Hakenkreuzfahne auf der Berliner Siegessäule. Mit dem Mauerfall beginnen für ihn die Jahre des neuen rechten Aufbruchs. Also ich habe sie wirklich als eine Möglichkeit empfunden, hier wieder halbwegs normale Zustände einzuführen, die uns vor den anderen Völkern nicht als zweitrangig erscheinen lassen. Es gibt kein Volk, es gibt wirklich kein Volk, was sich das hat gefallen lassen, was unser umerzogenes und verbrühtes Volk nach 1945 erleben musste. Mit dem Ziel der nationalen Revolution waren Prim und seine Kameraden sogar bereit, den politischen Kampf mit Waffen zu führen. Manöver gehören längst zum Alltag neonazistischer Organisationen. In fast allen größeren deutschen Städten gibt es Wehrsportgruppen. Sie werden meistens von Rekruten der Bundeswehr ausgebildet. Also wenn ich mit richtiger Munition auf jemanden schieße oder ziele, dann würde ich einen Grund haben, dann würde ich auch mein Feind sein. Kannst du dir das vorstellen? Sicherlich kann ich mir das vorstellen. In welcher Situation? Zum Beispiel erst mal von Hause aus Notwehr. Politisch gesehen. Vielleicht auch irgendwann mal zur Durchsetzung politischer Ziele. Wie ist denn das für Sie, wenn Sie das mal wieder so gucken? Na ja, es ist schwer, mich zusammenzubringen mit der Person. Es ist so lange her. Ich weiß natürlich, dass ich das bin, aber es ist schon wahnsinnig absurd zu sehen, dass ich das mal gesagt habe. Den ganzen Zusammenhang natürlich auch sehe, für was das alles steht und wo das herkommt. Aber letztlich ist das natürlich ein Teil meiner Geschichte, den ich akzeptieren muss. Oder den ich auch akzeptiere, natürlich. Wann haben Sie das letzte Mal das geguckt? Ich habe es noch nie geguckt. Sie haben es noch nie geguckt? Nee. Also für mich ist das wirklich, das ist auch so wahnsinnig viel Scham belastet. Also ich denke, das ist eigentlich unglaublich, dass ich das bin. Für mich war an dem Tag klar, dass es das gewesen ist. Weil da Menschen gestorben sind? Also wo wirklich klar durch Propaganda, für mich ganz klar durch Propaganda, durch das, was wir gesagt haben, was wir propagiert haben, was wir in Interviews gesagt haben, was wir in Schulungsmaterial vertreten haben, ganz klar Tote gab. Hasselbach steigt aus der rechten Szene aus. Seine Familie und er werden massiv bedroht. Er muss jahrelang untertauchen. Am Rand von Stralsund. Zu DDR-Zeiten waren das moderne Wohnviertel. Nach der Wende zog jeder aus der Platte weg, der es sich leisten konnte. Henrik Bolz hat seine Kindheit in den 90ern hier verbracht. Nach dem Abitur zog er nach Berlin. Und mittlerweile ist er erfolgreich im deutschen Hip-Hop. Freunde und Familie besucht er in Stralsund nur noch selten. Doch die Bilder von damals sind ihm noch sehr präsent. Ich da spielen mit dem Ball klein und hinten die Typen mit Bomberjacken und Glatze. Und immer mehr kommt einer an, eine Plastiktüte, es klört und so weiter. Saufen, was weiß ich, rumbrüllen. Und dass diese Typen, dass die gefährlich sind, das hat sich dann aber schon irgendwie auch übertragen. Also das eine ist das, was ich jetzt wirklich gesehen habe. Das andere ist aber natürlich das, was man irgendwie dann gehört hat. Ja, da wurde wieder einer zusammengeschlagen, weil er braune Augen hatte, da einer, weil er lange Haare hatte. Wie normal war es denn eigentlich hier, Neonazi zu sein? Total normal, aber nicht im Sinne von, dass es so normal jeder ist es, sondern normal im Sinne von, ja, wenn jemand das ist, dann ist das irgendwie, ja, okay, ist jetzt nicht der Erste. Ja, kennen wir alle, ist irgendwie, das ist kein Aufreger. Das war die coolste Jugendkultur. Wenn man, wenn man Jugendlicher war, in einem gewissen Alter, männlich und cool sein wollte, dann war man Neonazi. In vielen ostdeutschen Städten prägen Neonazis in den Nachwendejahren das öffentliche Bild. Schaffen ein Klima der Angst, ohne auf großen Widerstand zu stoßen. Es ist die Zeit, in der sich das NSU-Mordtrio radikalisiert. Es sind die Jahre, über die heute als Baseball-Schlägerjahre diskutiert wird. Wenn es dann dunkel wurde, wenn sich immer mehr hier versammelt haben, gesoffen haben, rumgebrüllt haben, da war ich ja schon zu Hause. Was haben Sie dann wahrgenommen, wenn Sie zu Hause waren? Schon Gebrülle, Geschreie, Heil Hitler, Sieg Heil und so weiter und ja, welche Lieder. Was ich als Kind ja noch gar nicht so richtig einordnen konnte, aber schon gemerkt habe, das ist irgendwie was Böses. Heißt das, dass halt diese Faschos, diese Neonazis ihre Begleiter in der Kindheit waren? Ja, schon. Ja, also das waren, Faschos waren eigentlich permanenter Begleiter meiner Kindheit. Das war die Blütezeit für Prim und seine rechten Kameraden. Bis er 1995 für dreieinhalb Jahre in Haft kommt. Unter anderem wegen der Bildung bewaffneter Haufen. Nach seiner Entlassung trifft er sich mit seinen Anhängern in diesem unterirdischen Bunker. Heute nur noch in einer nahegelegenen kleinen Laube. Doch seine Fantasien vom braunen Umsturz sind geblieben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das gute deutsche Blut so verkleistert ist in der Zwischenzeit hier, dass da nicht nochmal eine vernünftige Generation zum Vorschein kommt, die einfach sagt, Mensch, unser Staat, unser Stückchen, unsere Heimat. Prim hofft auf eine neue Generation von Neonazis. Um die Heimat geht es auch diesem Verein, wenn auch anders. In Südbrandenburg macht seit fünf Jahren Zukunft Heimatmobil. Der Verein setzt sich auch für Radwege ein. Auf den Kundgebungen hingegen schlägt Zukunft-Heimatchef Christoph Berndt ganz andere Töne an. Gibt es überhaupt noch einen öffentlichen Platz, der vor dieser durch die Regierung importierten Kriminalität sicher ist? Welche Frau kann sich noch ungezwungen bewegen, wenn auch nur in der Ferne eine Gruppe dunkelhaariger junger Männer auftaucht oder auch auftauchen könnte? Um den Gründungsvater des Vereins Berndt versammeln sich in den letzten Jahren immer wieder stramme Rechte, die seine flüchtlingsfeindlichen Ziele unterstützen. So ist der harmlos klingende Heimatverein auch ein Sammelbecken am rechten Rand. Mit klassischen Rechtsextremen, AfD- und PEGIDA-Publikum, aber auch mit Menschen aus der Mitte der Gesellschaft. In einer kleinen Gemeinde im Dame-Spreewald hat Berndt sein Wahlkreisbüro. Seit 2019 ist der Landtagsabgeordneter, holte das Direktmandat für die AfD Brandenburg. Berndt kommt aus der DDR, war in der Kirchengemeinde aktiv, sah sich als Oppositioneller. Corona ignoriert er. So Frau Berndt. Nein, wir dürfen ja nicht so richtig. Ach Quatsch, glauben Sie doch nicht immer so Quatsch, denn jetzt haben Sie doch mal verbreitet. Seit Mitte der 80er arbeitete er als Labormediziner in der Berliner Charité. Bis er seine politische Karriere in der AfD begann. Herr Berndt, was ist Ihre Motivation heute politisch aktiv zu sein? Ich habe die Erfahrung gemacht, oder die Wahrnehmung gemacht, dass die Staatsparteien sich den Staat zur Beute gemacht haben und die den Staat so führen, wie früher die SED den Staat geführt hat. Wir haben damals in der DDR gelebt, das war eine Diktatur. Jetzt leben wir aber nicht in einer Diktatur, jetzt leben wir in einer Demokratie. Ja, Frau Wernke, das ist... Auf dem Papier war die DDR ja auch keine Diktatur. Die DDR hieß Deutsche Demokratische Republik. Das heißt, Sie vergleichen die DDR mit der Bundesrepublik? Natürlich vergleiche ich die, selbstverständlich vergleiche ich die. Ist doch klar. Also Sie tun so, als ob das jetzt was ganz besonders Schlimmes wäre. Vergleiche muss man immer anstellen. Wie fällt denn der Vergleich bei Ihnen aus? Ja, dass die Bundesrepublik jetzt, der 2010er Jahre, zunehmend Züge der DDR annimmt. Zunehmend Züge der DDR annimmt. Zum Beispiel, dass die politische Polizei, der Verfassungsschutz, gegen eine demokratische Opposition benutzt wird, instrumentalisiert wird. Das Zweite ist die Alternativlosigkeit. Das ist grausam. Das war ja in der DDR auch so. Also zum Sozialismus gab es keine Alternative. Das stand sogar in der Verfassung. Und wir haben auch jetzt die Alternativlosigkeit, die gepredigt wird eben von diesen Staatsparteien. Bernd sieht sich wie in der DDR wieder in Opposition zum System. Nur jetzt hat er mit der AfD eine radikale Partei, um parlamentarisch den Umsturz zu träumen. Dafür soll wieder der Osten der Ausgangspunkt sein. Warum sind die Rechten und damit auch die AfD stärker in Ostdeutschland als im Westen? Mit dieser Klassifikation links-rechts werden Sie keinen Schritt weiterkommen in der Analyse und in der Klarheit. Die AfD ist keine rechte Partei. Die AfD ist eine Partei, die in der Frage global-national auf der Seite der Nationalstaatlichkeit steht. Während die Führung aller anderen Parteien auf der Seite des Globalismus steht. Da im Osten meiner Ansicht nach ein längere Zeit unbefangenes Verhältnis zur Nation bestanden hat, erkläre ich mir den größeren Erfolg der AfD im Osten damit. Die Art und Weise, wie die AfD verspricht, Volksvertretung zu sein, ich glaube, das knüpft an etwas an, was uneingelöstes Versprechen der beiden Diktaturen im 20. Jahrhundert war. Die NS-Volksgemeinschaft hat eine rassische Gemeinschaft versprochen, der Sozialismus hat eine sozialistische Menschengemeinschaft versprochen. Und jetzt geht die AfD wieder zurück zu so einer Idee einer Volksgemeinschaft, die stärker, also das ist völkisch konnotiert in einem ethnisch-völkisch-rassischen Sinne. Mit dem Versprechen der sozialen Gerechtigkeit verbunden, also auch dem Nachdruck dann auch auf den Sozialstaat. Das ist gerade in den ostdeutschen Landesverbänden, spielt das eine große Rolle. Die AfD ist besonders laut, radikal und erfolgreich in Ostdeutschland. Das hat viele Gründe. Eine Erklärung sind historische Kontinuitäten. Die DDR-Zeit mit Neonazis, die es nicht geben durfte. Darauf folgend die gewaltvollen 90er mit rechten Umsturzfantasien. All das hat das heutige Erstarken der neuen Rechten mit ihren Hardlinern befördert. Wenn wir kommen, dann wird aufgerollt, dann wird aufgemistet, dann wird wieder Politik für das Volk und zwar nur für das Volk gemacht. Wir werden sie jagen. Wir werden Frau Merkel oder wen auch immer jagen. Dieses Land steht Kopf. Das Unterste ist nach oben gewendet. Wir müssen dieses Land wieder vom Kopf auf die Füße stellen. Wir müssen das Unterste wieder nach unten wenden, wo es hingehört. Klingt radikal. Für Langzeit-Neonazi-Christian Worch aber noch nicht radikal genug. Worch marschiert mit seinen Kameraden noch immer für die braune Revolution. Seit ein paar Jahren mit seiner neonazistischen Kleinstpartei Die Rechte. Seit über 40 Jahren ist Worch Rechtsextremist. Gern als Strippenzieher und Koordinator. Was ist eigentlich Ihr Antrieb, immer noch so politisch aktiv zu sein? Da braucht es keinen besonderen Antrieb. Ich halte es einfach für notwendig. Ich sehe mich als meine Pflicht an, mich fürs Volk und Heimatland einzusetzen. Ich bin ein politischer Soldat für mein Volk. Politischer Soldat und für seine rechtsextremistische Partei nur noch Kassenwart. Die alte Recht ist unbedeutend geworden, aber ihre gefährlichen, größenwahnsinnigen Träume sind geblieben. Wie finden Sie denn die AfD im Osten? Sie ist im Osten sicherlich ein bisschen radikaler als im Westen, das ist gar keine Frage. Aber das hängt ja auch damit zusammen, dass die AfD insofern auch ein Türöffner ist, weil sie wie eine Art Scharnierfunktion zwischen uns und der gesellschaftlichen Mitte ist und damit unser Vordringen, die gesellschaftliche Mitte, natürlich erleichtert. Ich würde schon sagen, dass man sagen kann, dass die AfD die Altnazis in gewisser Weise abgelöst hat, auch deshalb, weil sie es versteht, die NS-Vergangenheit abzuschwächen. Man leugnet nicht, was passiert ist, sondern man sagt, war ja nur ein Teil der Geschichte. Ein Stachel also, den die alten Nazis immer hatten in ihrer Erzählung, der sich für die große Mehrheit nicht wählbar gemacht hat, ist eben diese Positionierung gegenüber Hitler und dem Nationalsozialismus. Den hat man sozusagen gezogen. Ich wurde geboren im Vulkan meiner Ahnen, zuletzt ausgebrochen vor 50 Jahren. Verfolgen und töten, das machte sie geil. Später sagten sie, es war das Kapital allein. Die Nachbarn blieben, weil siehst du marschieren und lehrten sich an schönen Frieden abzumelagieren. Stimmte sie ans Kirche, brühten Juden aus, hohen Waffen an die Molle, ich zwar Sonnenblumenhaus. Ja, unter der Haut ist die Schweißer am Brudeln, Berichte geschreddert und Bürger belogen. Schaufer reißt ab, blutig schießt hoch, plötzlich sind wieder ein paar Ausländer tot. Plötzlich Feindschüsse, Sports, Andagogen und Rechtsradikale, Gewinn an den Ohren. Das sind Traditionen von Zeit und Gewalt. Hendrik Bolz gehört zum Hip-Hop-Duo Zugezogen Maskulin. Was er in den 90ern mit Neonazis erlebt hat, verarbeitet er in seinen Songs. Im vergangenen Jahr schrieb Bolz darüber einen Artikel. Das war der Anstoß für die Debatte über die sogenannten Baseballschlägerjahre. Mein Antrieb war eigentlich, ja, ich beschreibe jetzt mal die Wendejahre, wie ich sie als Kind wahrgenommen habe. Und dass eben auch für jemanden, der 88 geboren ist, dass es einfach eine spezielle Zeit war, in der man da aufwächst. Anders vielleicht als in Westdeutschland. Und dass da eigentlich ganz wenig Wissen darüber gibt, weil alle ja nur mit diesen Jubelbildern irgendwie groß geworden sind. Aber was da eigentlich wirklich abging. Diese gewaltvollen Nachwendejahre, inwiefern wirken die sich auf das Heute aus? Ich glaube, die wirken sich vor allem auch dadurch auf das Heute aus, dass viele damals abgehauen sind. Viele, die heute im Osten fehlen. Die gesagt haben, das ist mir zu bescheuert hier, ich hau jetzt ab. Und dass das auch zu so einer Abspaltung gekommen ist. Also Ostdeutsche sind immer die anderen. Ostdeutsch heißt Nazi, asozial, arbeitslos und so weiter. Das bin ich nicht. Also bin ich jetzt auch kein Ostdeutscher mehr. Dass so diese Identität einen totalen Bruch bekommen hat. Was ja jetzt auch erst sich so ein bisschen ändert, indem andere auch dazu stehen und sichtbar werden. Die Szene war nirgendwo so stark wie in den neuen Bundesländern. Also auch 1990, 1991, 1992, 1993, wenn man sich das anschaut. Das ist geblieben. Das ist auf jeden Fall ist da ein Boden, also das, was gelegt worden, was sich durchgezogen hat. Das ist auch über die Generation weiter gewachsen, auch in all den Jahren. Wir haben Strukturen entwickelt, die bis heute wirken. Und das ist sicherlich das, was ich für mich sozusagen auch als Schuld mit mir rumschleppe. Wo ich denke, da habe ich einen Einfluss drauf gehabt letztlich, dass solche Sachen entstehen konnten. Die soziale, räumliche, soziokulturelle Verankerung von Rechtsradikalität ist im Osten intensiver ausgeprägt als im Westen. Die zieht sich aus den 70er, 80er Jahren hoch bis in die Gegenwart. Das kann man historisch nachweisen. Der Gegendruck der nicht radikalen Mitte der Gesellschaft ist im Osten geringer als im Westen nach wie vor, glaube ich. Und die erlernte, gut couragierte Zivilgesellschaft westlicher Provenions ist etwas, was auch in Ostdeutschland sicher irgendwann existieren wird. Aber es braucht eben Zeit. Die wiedervereinigten Neonazis aus Ost und West träumten in den 90ern groß und scheiterten. Der Umsturz kam nicht, aber sie haben meine Heimat Ostdeutschland beeinflusst. Das wirkt bis heute nach. Das wirkt bis heute nach. Vielen Dank.